Hallo und herzlich willkommen zu Timberborn Tja nach Undock Pause Leider krankheitsbedingt Habts wahrscheinlich nicht mitgekriegt wenns beim Minecraft geschaut habt Oder wenns von Minecraft gekommen habt Gott sei Dank haben wir so viel fortproduziert gehabt Hatts mich ganz schön zusammen gehabt letzte Woche jetzt Sooo Ich weiss gerade gar nicht mehr was wir letztes Mal da haben Das ist ein bisschen ein Problem Ähm Ah warte mal Nehmen wir kurz ein bisschen weiter rauf Genau das haben wir gemacht Jetzt haben wir unser Wasser Her gemacht Unser Wodern Da fällt mir aber gerade ein Selbst wenn ich jetzt noch Tieföl geht Ich darf mir gar nichts bringen Weil ich Sohne so dürfte bin Und ich kann ja nur So viel was ablassen Wie die Dinger zulassen Und ich kann bloß maximal drei bauen Hä Hä Das ist ja sau dumm Sohne so Dann müssen wir einen Tank für den Tank für den Tank bauen Oder so Hm Dann müssen wir direkt mal schauen Wie das eigentlich andere machen Wie das eigentlich andere machen Kurze Frage Können wir das nicht jetzt bauen Und wir haben noch keine Metallblöcke Gell Die haben nämlich Da unten Da unten haben wir Metallblöcke Richtig Das müssen wir bauen Diese Baustelle Hat hohe Priorität Jetzt werden wir mal Richtig schön da Aufschmeißen Lassen wir jetzt mal wieder was treiben können So Ah das ist so Wir haben jetzt endlich Wir haben Metall Stimmt Wir haben letztes Mal das erste Mal Metall gemacht Brain Warum erinnerst du mich nicht da dran Also Wir können mir jetzt endlich einen Doktor bauen Und diesen einen Heiler Das will ich jetzt Das will ich jetzt immer Aber dafür brauchen wir jetzt das Und wenn wir das nicht haben Dann haben wir ein bisschen ein Problem Vor allem wir haben fast 600 Essen da Das ist ja so krank einfach Aber Krank aber richtig gut Weil Wir haben jetzt einfach schon 20er Zufriedenheit da Da ist einer verletzt Wo ist einer verletzt Lol Da ist das Okay Also Stimmt Wir haben wir da Stimmt Wir haben wir da Haben wir Dingens her gemacht Für dies Da brauchen wir nur Holzfäller Holzfäller Und Machen wir da noch Alles haben wir schon Perfekt Genau Äh Da kommen wir jetzt Da kommen wir auch Ah Perfekt Schaut es euch das auch Wir haben einen richtig guten Flow Wir haben einen richtig guten Flow Wir haben einen richtig guten Flow Das ist echt mega Das ist ja mega Das ist ja mega Däger Das ist ja mega Ich könnte einen Heiler bauen Aber Aus irgendeinem Grund Wir haben das nicht fertig gemacht Kriegen wir mehr Oh warte mal Nehmen wir da Oh Nehmen wir wieder so viel Holz Jetzt gebe ich mir so wenig Planken Weil ich so wenig Hier stehe Weil ich ein Dödel bin Dann planten wir herunter Dann planten wir herunter Ja Dann haben wir 50 planten Schraube Gehen wir noch nicht drauf Ausser Ja jetzt machen wir jetzt einfach 6 Fache von dem was wir vorher gemacht haben Papier Ich überlege gerade brauchen wir mir Papier oft Ich glaube jetzt nicht Gell Vögel Ich weiß doch nicht für was Vögel bitte brauchen Äh Die interessieren mich eigentlich nicht Die interessieren mich nicht Gibt es eigentlich Kein nexthöre Ding So ein Bienenstich So ein Bienenstich Brauchst kann man Bienenstich mit Verletzungen gleichsetzen Ich meine nicht 200 haben nur keine Rohrkolbencracker gezeigt Gessen Lavafeuer Ah stimmt Buchpresse und so Können wir jetzt jetzt auch bauen Vergiss das die ganze Zeit da Das ist so crazy Von mir haben wir jetzt einfach so viel gezeigt zu machen Das ist brutal Da braucht man sich abbelangen Ja Klar Wir hätten es schon fertig haben können Weil wir wieder das nicht machen was wir ihm sagt Weil wir wieder nicht das machen was wir ihm sagt Ha 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 So wie schaut es mit Plankeries aus Vor allem wo gingen die hin Gingen die abbelangen her Nicht so feiern Nicht so feiern Nicht so feiern Nicht so feiern Wie viel Wie viele haben die jetzt noch da 200 Nein nein Darf ich nicht so hochsetzen Weil Jetzt machen die irgendwas anders wieder nicht mehr Nicht so feiern Das ist wirklich das einzige Die wir noch nicht zu feiern Selbst zusammenblumen haben wir jetzt wieder über 1000 Aber das ist halt einfach Wie wachsen es Wie macht man es richtig Vor allem jetzt kommt gleich wieder Dürre Wir fallen mal auf Und die wasch wieder gar nicht mehr Oh wie haben wir denn endlich Okay So Rude hinzufügen Die Nummer 1 ist da Metallblöcke Okay Okay Metallblöcke Also die haben eigentlich nur dafür Dass die Metallblöcke produzieren Wir bauen damit aber nichts Was wir essentiell brauchen dann Weil das macht keinen Sinn Was können wir sonst da jetzt noch Weg vom Macht eigentlich Korn Sinn Genau Wie können wir da einfach alles mögliche jetzt Gescheit Boah So Getriebe Mit der Getriebe Ja da geht der Getriebe schon wieder das sind Musik Das wäre hin- und her nicht Das wär das so wie mir dann nervt Gekke So Toller Überlegbekannt ja Eigentlich so ich habe mich da mit Talblicke noch mit einer 300 das Essen können wir nicht den Heiler bauen das können wir die drin Planken haben wir auch Getriebe müssen, die müssen wir wieder arbeiten ich glaube ich will nicht arbeiten, das ist sowas Hätten wir 100 Getriebe, ich weiß nicht mehr wo ich glaube, dass wir sogar da unten haben Nein, nochmal 10 auch nicht, aber nein, da sind sie da hinten Nein, da unten Hä? Da nicht, da nicht Da doch Da von nach Getriebe Warte mal, ist das Ding überhaupt ist er immer noch da iiiiii a besitzt heiler wird endlich besitzt dann können wir endlich durchstarten mit dem ganzen Zeug hei 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 aber ich find's krass wie oft man einfach doch immer noch Probleme hat mit dem Zeug ok lassen wir mal wieder starten bis das eine 5v5 hat komm schon jawoll schaut euch das an so schaut er aus ok er braucht Wasser dies und dies Produktivität 0% 5 also er macht 10 aus einem Holz also wie käme jetzt hat oh wir haben auch keine Lager für Medizin hab ich gerade gemerkt das ist ruhig Löwensaun ok ok 100 sind wir schon wieder am speichern na ok er macht ja das 20 Löwensaun macht er halt 40 wir sind jetzt safe gleich wieder voll wir werden die anderen gleich wieder Löwensaun runterbringen klar das ist das große Problem das ist das große Problem hmmm wie ist Medizin denn also was sagt ihr wo dann aufgeführt wird eine Verletzung wird ja ablos aufgeführt wenn es da ist blaue des Fortschritts Hommage an den Erfindergeist Karussell Bücher Schreintempel bla ja nimm wie schauts aus wie viel Medizin haben wir denn wie viel ah wir haben aber so wir haben Medizin und sie ist gleich wieder weg wenn wir ein paar Verletzte haben ok wie viel können diese Krankenbetten eigentlich lagern jetzt sind 10 ok 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 du kannst das da drin stecken und dann kannst du den einfach drin lassen und dann heilt sie dir halt das ist natürlich schon interessant weil jetzt können wir das halt auch wirklich machen aber ich muss halt jetzt auch schauen ob wir nicht irgendwo wieder ich bin schon wieder wir haben ja 200 Arbeitslose Digga was ist denn da los 93 93 93 über 200 also jetzt spiel ich einfach so langsam oder ich will einfach an überlegen überlegen schon die ganze Zeit ob wir nicht Buchpresse können wir jetzt ja auch bauen ne ob wir den nicht einfach irgendwie noch ich will auch noch stellen können da im Prinzip wir sind ja jetzt halt wieder 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 Ding bauen ich kann mal schauen woher es bleibt sich gleich gell genau da dann müssen wir das da entfernen dann müssen wir da eine Energieübertragung machen in der der rix weil ich möchte dieses Teil da jetzt mal bauen dann können wir das nämlich hier haben wir 200 dann haben wir da Planken also normale Planken also normale Planken also normale Planken die Triebe brauchen wir jetzt 150 PS ja das soll ja nicht gehen solange wir Betriebe werden schon wieder anscheinend nicht hergeliefert aus welchen Grund auch immer ja ich bin da 80 ich bin da 80 was läuft irgendwo aha 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 ich frage jetzt was passiert wenn die so viel wissen dann haben oder so oder wenn die klüger sind verletzen sie dann nicht mehr bauen sie bessere Sachen und bei uns ist es allgemein besser selbst was ich nicht so ganz verstehe ähm die Versorgung 270 äh nachfragen ok 1,5 wie war das beim Buzzerworld 90 90 90 äh 120 120 120 ist halt eigentlich also 240 wie schaut's aus? aus mit die Getriebe kriegen wir die noch kriegen wir die Nummer äh das ist wirklich das ist wirklich wo liefert denn der dich hier oder oder vor 100 doch hä? 33 ich verstehe es nicht er hätte doch da hergebracht oder? oder oder wenn wir jetzt da schon wieder getrieben haben? noch mal oder wie die 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 sind die 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 vor allem, ich nehme jetzt so, woher jetzt die ich check noch gar nix mehr, oder? oder hat denn da so viele Getriebe? ah, das sind die da woher sind sie das Getriebe? hmmm aber die Welle nicht mehr herbracht, gell? doch, wer ist nun? ich bin ein Idiot, ne? was denn sonst? ich wie Getriebe was soll ich eigentlich? oh, wir haben da alles gebaut das ist schon mal ganz geil jetzt wird da nix mehr deswegen gut, jetzt wird aber das auch langsam fertig werden jetzt das soll ja langsam fertig werden eigentlich wissen was man die Dinge auf sich hat die Bücher da Bücher Bücher ich sag's ja auch jetzt kommen wir da durch 15 Tage war ein langer Zyklus sonst kenne ich nix das das Problem ist, dass man 3 Stunden dafür braucht also machen sie 2 am Tag ist das halt das Problem gerade jetzt haben wir viel zu wenig Prozent dafür ja noch wieder auf Pause stellen jetzt müssen sie das aber langsam mal fertig bauen da wird dies ich brauche vor allem du musst mir vorstellen Ohrpapier brauchst du dafür Ohr und 6 was ist denn das für logisch unlogische Rechnung aber auch wieder logisch unlogisch das ist da Bücher da 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 100 keine Ahnung das werde ich immer nie haben denke ich mal 131 Medizin 135 brauche ich dass das jetzt da gesteckt das das rechnet nur was klar wird oder? das rechnet nur was klar wird dann werde ich mal kurz den schwingen und sagen du kannst da Medizin überbringen aber die müssen wir irgendwie cappen ich weiß schon wieder ne wie Also die Untergrenze funktioniert auch anscheinend. Das ist schon mal gut zum Wissen. Das ist schon mal gut zum Wissen. Das mit den Büchern. Die Frage ist jetzt, das mit den Büchern. Haben wir das jetzt schon? 60 von 700. Also wir brauchen mindestens 700 Dier, Alter. Das ist so dumm einfach. Müssen wir uns mal dort kurz reindrücken. Die Frage ist, vor allem wie lange reicht es mit den Büchern. Das ist auch sowas. Von denen ich habe Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Ja, es geht schon relativ schnell. Ne, anderthalb Stunden, fünf mindestens am Tag, sechs hier am Tag. Vor allem, wir brauchen nur Papier dafür. Ich habe es sogar ausgeschalten, weil ich es nicht brauche gerade. Wenn wir so viel Papier noch haben. Das ist echt brutal. Aber es ist gut zum Wissen, aber ich darf jetzt erst mal sagen, erst mal diesen Bezirk so gut wie möglich mit Büchern versorgen. Ich muss halt immer schon machen, es sind 200, also einmal den kompletten Papierbestand abarbeiten und dann hoffen, dass die so lange halten, dass wir dann mal einen Puffer aufbauen können. Weil das macht dann glaube ich schon ganz schön was aus. Vor allem, die sind jetzt bei zwei Fee von 200 schon 0,2, das ist schon krass. Gut, dann müssen wir sagen, das lassen wir eigentlich davon... Oh, jetzt ist es ja stimmt. Jetzt ist ja auch wieder die Türe gleich. Jetzt ist ja gleich wieder die Türe. Hm. Man kann natürlich auch mehr Finger hier bauen. Weiß es nicht. Die Windradel, die habe ich eigentlich auch bloß gebaut aus Gag. Das ist das nächste. Ich glaube, dass wir einfach nur uns hier bauen. Einfach aus Gag, wie ich es baut. Da bauen wir nur uns hier, dann brauchen wir eine Getriebe, gell. Dann haben wir da so jetzt mal 1 und 2 da. Ja. Ich baue jetzt einfach, weil wenn jetzt direkt kommt, dann haben wir fast keinen Strom. Und die sollen ungefähr... 400 PS können die. Ich kann auch 400, wenn es Wind geht. Aber Wind muss weggehen. Haben wir noch nicht irgendwo so eine Windfahne gehabt? Oh, gell. Boah. Genau. Ah. So. Das ist schon crazy, ne? Wie hat es mit der Metallbrücke aus? 83. Warte mal, das hat jetzt einfach komplett alles was Metall ist. Das schläft jetzt die ganze Zeit. Liefern die das aus? Das ist aber auch... Schmacko. Das ist schon richtig Schmacko-Fanz ist das. Ist da schon irgendeiner reingewachsen? Nöö.. Aber die haben nur Holzsätze. Also wenn die mal anlauft mit dem Holz. Weil dann köme einfach die Holzlieferung da runter abschalten. 23 jetzt sind wir schon bei 180 10 prozent 0,4 ist auf plus 4 die einfach doppelt so fett ausschauen die die größten sind und ich glaube dass sie gar nicht so schlecht sagen 3-4 und dog Das dauert jetzt schon ein bisschen, weil das ist eine Fläche, wo man sagt, ja, was das mal voll ist, also man kann natürlich jetzt sagen, wir bauen da noch eine Sperre ein, dann sagt man das sperren, dass das bis aufhören, dann sagen wir da noch weiter und so, kann man machen, das ist jetzt nicht so die Sache, das hat das nicht gegeben. Wir müssen mal bloß schauen, dass da kein Scheiß passiert. Das zeigt uns jetzt auch, was man mag, ja, okay. Okay, das ist jetzt wirklich sehr gut zu wissen. Ja, das ist mal, apropos mal ganz kurz, Schlafbedürfnis. Das hat kein einziger und sie arbeiten 20 Stunden am Tag. Also, ich weiß es auch recht. Ist das so gut, hm? Mö, 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 Mö. Wenn ihr zwei verletzt habt, aber warum habt ihr so viele verletzt? Jetzt mal her, oder? Mädels, könnt ihr euch nicht die ganze Zeit weh tun? Aber wo habt ihr die Medizin gelagert? Schau mal, habt ihr 50 Medizin da? Stoppt euch voll damit. Ich glaube, dass ich es aber gut daran habe, irgendwie. Da ist es noch nicht drüber. Da zwar, aber ich glaube nicht, dass irgendwie da dann auch so rutscht das mal. Oh, das war wieder... Das ist wieder kurz vor knapp. Das ist natürlich jetzt blöd. Eigentlich haben wir mal eins auch gelernt, wenn das passiert, lieber mehr auszulaufen lassen. Das weiß ich irgendwie noch. Aber ich sag mal so, 1500 Holz. Das müssen wir da reinhauen. Und Papier... Leute, wir haben insgesamt 400. Ey, warte, wir wussten doch nur Papier gelaufen. Da haben wir nur 100 Papiere. Sehr witzig. Papier, Papier, Papier... 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 Da auch nicht. Ah, das ist der da. Ja, da auch nicht. Das ist der da. Ja, da auch nicht. Da ist das hier hinten. Das ist der da oben. Ähm... Ja... Die haben die Antriele oben 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 oben. Und da ist das... Und da ist das andere Papier hinten. Okay... Da ist das andere Papier hinten. Okay... Da ist das andere Papier hinten. Oh, wir kriegen mal keines mehr, gell. Wir kriegen keines mehr. Ich weiß nicht, warum wir das immer nicht wieder umgebracht haben. Nee, da ist wieder kein Boden mehr. Da ist wieder kein Boden. So, wir starten jetzt wieder ein, Victor. Jetzt machen wir so einen Schwalma, eine Dramatik haben wir ja schon, schaut das da aus, so kommen wir zum, ja das schaffen die, also kein Drama. Okay, Bücher, ich schaue es jetzt mal aus mit dem Bücher, 35G, juhu, es wird jetzt mehr mehr aber es dauert halt, es dauert, es dauert, und das ist glaube ich schon ein bissel am zurückgehen, okay, 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 ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es ein Abo da, lasst es ein Abo da, lasst es ein Abo da, wir sehen uns in der nächsten Folge, also, bis zum nächsten Mal, habe ich diri.